So Ein paar Monster Oh, ein Weisern Der Regen macht mich ganz schön heiß Heft Schief Schief Warum ist deren Regeneration eigentlich nicht da aufgelistet? Das war zu sehr glücklich. Erstmal allein. Aber die sind halt ohne Probleme. Ich könnte mir aber auch vorstellen, die sind wahrscheinlich auf Level 70 oder sowas. Was soll sie das? Das ist schrecklich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, die machen nachher gleich viel Schaden. Echt jetzt? Die so glitchig oder was? Die haben sie verfluchen. Aber schlafen. Aber hier schon alle Gegner? Ne, da oben läuft noch was drin. Das seh ich doch. 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 Das war's für heute. Okay, das war's nicht wirklich spektakulär hier. Das andere auch, ob du das einzelne Gegner. Oh, der Tempel des Blutes. Ich denke mir immer, dass es immer andere Gebäude sind. Bei denen ich noch nicht war. Achso, der Solarius Versteck. Ja. Oh, das war's. Zombies. Ich bin noch sehr fremde Monster, okay? Das ist normal, dass sie jetzt wieder da sind. Oh, cool. Nur Schaden, aber... Lass mal zum Bluten bringen. Ich kenne das nicht. Ich blute auch immer, wenn ich keinen Schaden bekomme. Wenn mir jemand einfach so gegen die Brust drückt, dann blute ich da auch immer raus. Aber da kann es sein, dass ich hier unten noch gar nicht war. Und wie ist das denn? Die Zombies sind an dem Eingang wieder da. Die sind hier auch getötet. Die haben die hochwertig. Ich bin noch gar nicht fertig. Die haben die hochwertige Däミang wieder gelegt. Die haben die Unterricht, dann sind die Das war's. Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube, die sind einfach nur in Überbleibsel. Sie habe ich tatsächlich vergessen. Ja gut, dann gehe ich nach oben anders hin. So, dann gucke ich jetzt einfach mal nach da unten. Oh, da wollte ich nicht hingucken. Aber da ist auch eine coole Musik. Die Silbermine. Hier ist ja noch eigentlich dieser Punkt mit dem Dual. Parasitius. Das ist aber ganz bies von denen. Die halten sich ja noch um so viel. Ah. Ah. Schade nur auf den einen. Drei starke Sehen, okay. Ich hoffe, eine neue Ex für das gemacht. Das ist schon jetzt 999. Eine Echse, aber... Das ist nicht so schreckliche Leere. War vor der Verbrennung, was machen wir denn? Das ist nicht so schreckliche Leere. 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 Das wäre ein Centaur. Das wäre ein Centaur. Das war ein langer Kampf. Dann kriegt das Ding wenigstens noch ein bisschen mehr Schaden. Feuerbombe. Das war ein langer Kampf. Jetzt kommt er auf den oberen. Das war ein langer Kampf. 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 Oh mein Gott. Das war ein langer Kampf. 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 Das war ein langer Kampf.